So, das ist ja noch gut gegangen, gut gelaufen. Ich muss mich übrigens auch, das ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, auch an die neuen Kopfhörer gewöhnen, die ich jetzt hier aufhabe. Also ich mache keine Werbung. Außerdem war die so billig, da kann man am besten Willen keine Werbung für machen. Aber, ja, ich sage mal, also Kopfhörer, also nicht nur bei Amazon gucken, wenn man sich da welche zulegen will, sondern auch mal auf den Seiten von Online-Händlern aus dem Musikbereich. Ich mache, wie Sie ja keine Werbung sagen, wo ich den gekauft habe. Aber der war jedenfalls spottebillig und klingt aber halt ein bisschen anders und ist so ein bisschen anders am Kopf, fühlt sich ein bisschen anders an. Dann müssen wir erst der Test hier mal gucken, wie das so nach zwei Stunden ist, weil halt billige Kopfhörer, es geht nicht nur um den Klang, es geht auch um den, wie sagt man, so schön Tragekomfort. Aber nun hat der Moritex aber auch, also ich auch offensichtlich einen Schädel, der für Kopfhörer nicht so dolle ist, weil ich habe mir einen neuen kaufen müssen, weil ich den alten durchgebrochen habe. Und zwar nicht, weil ich mich drauf gesetzt habe oder sowas. Also nee, nee, nee. Den habe ich kaputt gekriegt auf dem Kopf. Da ist also wirklich hier oben der Tragebügel, der war dann halt durch. Also offensichtlich ist mein Kopf breiter, als es hier auf dem Bildschirm erscheint. Oder er erscheint auch so breit, wie er ist, wie er immer. Jedenfalls war er kaputt. Jetzt haben wir neun. Und ja, klingt so weit ganz gut, aber es hört sich trotzdem ein bisschen anders an. Also ihr wisst das ja nicht, ich kann es ja nicht vormachen. Aber schon die Geräusche von Liches, dieses Klicken der Züge auf dem Brett, klingt hier anders als vorher. Ja, und Schachspieler, die sind ja sensibel. Die merken ja jeden Unterschied. Also Schachspieler sind ja Prinzessinnen auf der Erbse. Also wer das Märchen nicht kennt, lesen, dann wisst ihr, was ich meine. Ja, das ist jetzt hier Moritex auf der Erbse und mit einem neuen Kopfhörer auf dem Schädel. Wollen wir mal gucken. Also ich könnte ja nicht auch ohne eigentlich. Aber schon dieses Geräusch von dem, die Zuggeräusche auf dem Brett, die es ja bei Liches gibt, so dieses satte Klicken. Oder auch, wenn der Berserker-Sound kommt. Den muss man ja hören. Und wenn ich das ohne Kopfhörer mache und hier aus den kleinen Lautsprechern vom Bildschirm das kommen lasse, dann gibt es mit dem Mikrofon Rückkoppler und dann hört ihr das zweimal. Ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Na gut, jetzt springen wir gegen Mabasch 174700.